Fundiertes Wissen, kompetente Beratung. Soltermann AG. Für Klein- und Großaufträge im Bereich der Betonbearbeitung. Individuelle Beratungen. Vom ersten Entwurf über die Planung bis zur Umsetzung. Beton ist zu einem unverzichtbaren Werkstoff in der Baubranche geworden und zeichnet sich durch Beständigkeit, Widerstandsfähigkeit und seine Formbarkeit aus. Werden saubere Durchbrüche in Wand, Boden oder Decke verlangt, ist eine Kernbohrung die richtige Lösung. Mit dem Einsatz modernster Maschinen und Technologien ist es möglich, Bohrungen aus verschiedenen Winkeln und innert kürzester Zeit durchzuführen. Wand- und Bodenfräsen. Diese Methode eignet sich für grössere Flächen. Mit der schienengeführten Fräse werden im Nass- oder Trockenschnittverfahren präzise Schnitte erstellt. Das Arbeiten mit Diamantseilsägen ist die effektivste Art, Betonfundamente zu durchtrennen und um Öffnungen jeglicher Größe in dicke Bruchstein- und Betonwände zu schneiden. Ein sauberer und sicherer Rückbau Ihres Objektes wird von uns gewährleistet. Gerne übernehmen wir für Sie auch den Transport und die Entsorgung. Soltermann AG – teilen Sie uns Ihre Wünsche mit!